So unhöflich der Junge. So, bin ich gespannt, wo uns Yassid jetzt hinführt. Du wurdest aus dem persönlichen Fahrzeug von Yassid geworfen. Ja, steht bei mir auch. Ja, jetzt gerade. Einfach wieder einsteigen. Yassid, du musst uns Zutritt gewähren für deinen Wagen. Ja, okay jetzt. So. Danke. Ich stehe im Wagen drin. Danke fürs Öffnen. Nein, du stehst jetzt neben dem Wagen. Du hast mir die Tür aufgemacht und ich steige ein. So. Jetzt haben wir es. Jetzt sind wir komplett. Autofahren ist nicht so deins. Hä? Ballerst du aus dem Auto? Nee, eigentlich nicht. Ich gucke nur eigentlich. Ist aber ein geiles Fahr. Alter. Du trifft das hier voll rum. Wie viel Geld hat denn eigentlich Yassid? Ich weiß es nicht. Oh, hinterher, hinterher, hinterher. Hinterher. Drive-by. Hm? Wirklich? Drive-by? Willste? Ja. Ich habe dich schon fast. Ich habe einen von zweien. Nicht gegenfahren. Ich will ballern. Ich baller auch mit. Ah, der ist stehen geblieben. Yassid dreht um. Gut, dass er uns hört. Er holt seinen Kollegen. Nein, links. Ja, genau. So. Ja, der andere ist kurz im Passivmodus gegangen, dass er nicht gleich wieder abgeknallt wird. Habe ich auch gerade gemerkt. Jetzt sitzen sie jetzt so ein zweit wieder auf dem Motorrad. Ah, da kommen wir nicht mehr hinterher. Schade. Doch. Doch, doch. Der, 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 der. Ey, Yassid kann das. Yassid hat es drauf. Hä? Ne, der andere hat doch nicht seinen Passivmodus eingeschaltet. Das ist ein anderer. Doch. Ne. Ne, die sitzen da zu zweit auf dem Motorrad. Ja, stimmt. Stimmt. Nach vorne und rechts. Geradeaus, geradeaus, geradeaus. Geradeaus und rechts. Die schießen auf uns. Ich wurde getroffen. Oh mein Gott, Ness. Überlebst du es? Du blutest. Nein. Ein kleines Pflaster drauf, das wird schon... Oh, da wäre er gewesen. Hä? Der ist an uns vorbeigefetzt. Okay. Rechts, rechts, obwohl, ja genau. Wo ist denn der? Der fährt oben lang. Oder unten rein ist er gefahren. Der ist da unten reingefahren. Unten oder oben? Ah, keine Ahnung. Oben. Oben. Ah, fuck. Den kriegen wir. Du hast den Autofahren, musst du noch lernen. Naja, komm, im Regen. Ja, stimmt. Okay, es regelt. Im Regen, äh, im Regen hochgezüchtetes Auto ist nicht so leicht. Vor allem ein Reiter-Hack-Antrieb. Alter. Wie oft der dreht. Wir fahren so schnell ans vorbei. Wie oft der dreht. Naja, er kann auch drehen, ne? Hä? Was ist denn los mit dir? Der hat eine Haftbombe geworfen. Mit wem? Mit dem, der über uns geflogen ist. Jetzt ernsthaft unten? Jetzt ernsthaft unten? Bisschen näher ran fahren, Jasit? Ja, er hat's erwischt. Ich schneid mal aus. Ich check mal die Kohle. So, nehmen aber mein Sturmgewehr in die Hand. Wir fangen hier Krieg an. Übel. Bandenkrieg. Alter. Alter. Was denn? Alter. Fuck. Hat mich einer getötet. Ich hab das Geld aufgehoben. Das Geld? Ja, das Geld. Jasit, was schießt du mich ab? Check auf. Ich komme. Ich helfe euch. Du oben? Ja. Okay, gut. Dann ist es kein Fremder. Die hauen da ab. Da wartet jemand auf uns. Ja, da hat einer gewartet gehabt. Achso. Der wartet auch immer noch. Ums Eck. Wo bist du denn? Hier, steig auf. So, der ist gut. Steig auf. Steig auf. Ja, ich komme rauf. Dreh um. Jasit braucht Hilfe. Wir lassen keinen hier im Stich. Nee, Jasit töten wir nicht. Wo ist denn Jasit? Ja, ist ins Auto gestiegen. Achso. Achso, das war er? Ja. Hinterher. Ja. Alex, 1995, tut mir leid. Du bist dran. So, wenn ich mal zielen würde. Oh, der ist nicht so. So, getötet. Und der nächste. Wir machen hier voll Rabatz. Alter, ich wäre voll angeschossen. Genau, dreh eine Runde. Ah. Gut. Gut, dass du das erwischt hast. Wir machen hier voll in Frieden. Wir haben gar kein Leben. Ja, ich auch. Viel Blei geschluckt. Ein Sternhammer. Macht aber echt Spaß, die Leute umzubringen. So, flüchtest du? Wir müssen uns mal einen Wagen holen, glaube ich. Ein Wagen ist ein bisschen safer. Ein bisschen aber nur. Wir müssen uns mal ein cooles Auto suchen. Ja, dann such mal. Du bist hier der Driver. Aber wir sind hier, damit wir zu viert sitzen können. Wenn du eins in der Umgebung siehst, dann sag Bescheid. Ja, wenn ich eins sehe. Aber ich sehe momentan keins. Weil wo du rumfährst, ist kein Auto. Doch, da parken eigentlich mal welches. Welches? 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 Ich sehe keins. Ich sehe keins. Hä? Wo sind die Autos hier? Alle geklaut. Alter, du klitscht voll. Echt? Alter. Ja, übel. Kleinen Überfall? Ja. Bin dabei. Vielleicht geht mit meiner AK was. Ich ziele schon mal. Da macht nichts. Ja, in der Kasse ist auch nichts drin. Kannst nicht ran. Ja, voll doof. Das mache ich nicht hier. Mit dir gehe ich nirgends mehr wohin. Oha. Kannst auch selber zu Fuß nach Hause. Dann lass mich halt die Tankstelle in die Luft jagen. Scheiße. Treffe ich nichts. Also wir suchen jetzt erstmal einen Wagen. Joa, einen schicken Wagen. Ob er schick oder hässlich ist, ist egal. Aber Hauptsache irgendeinen. Ja, gar keinen Wagen hier. Autobahn vielleicht. Selbst hier im Parkhaus ist kein Wagen. Hm. Komisch. Egal. Jetzt. Wo, wo, wo. Cool. Ich fahre mal zu Yasset. Ja, fahre mal zu Yasset. So, soll ich markieren? Ja. Okay. Ich markiere Yasset. Wenn ich ihn finde. Yasset, Yasset, Yasset. Ah, da ist er. Ich sehe ihn. So. Also Yasset, du darfst dich schon noch rühren. Ich markiere nach, wenn es ist. So. Bleib ein bisschen in der Map. Ah, hier sind wieder Autos. Oh, Yasset ist tot. Oh. Gefährlich. Wo ist Yasset jetzt? Gehen wir aus deinem Startmenü raus? Ja. Wir müssen gleich schießen. Ah, da sind Autos. Okay. Hä? So. Alter! Hast du das gesehen? Ja. Ich steige ab und er gibt Vollgas. Geil. Ich werde nicht mehr. Ich habe ein cooles Auto gefunden. Schön. Wo bist du denn? Hä? Das ist einfach mal weg. Alle. Hä? Was ist denn hier los? Es ist sehr strange hier. Aber hier ist Krieg ausgebrochen. Definitiv. Okay, ich bin jetzt in einem Wagen. Ich komme. Naja. Schnell kann man es nicht mehr. Alter! War nicht mit Absicht. Ja, ja. Glaub mir, das ist Hälfte Leben. Ich habe auch noch die Hälfte. Das andere Auto vor uns ist auch direkt verschwunden. Komisch. So, Yassid ist direkt vor uns. Ach, ist das Yassid? Oh, der Wagen ist cool. Die blau umkreisten sind Crewmitglieder. Achso, du bist ja momentan nicht in der Crew. Genau. Das ist ja auch das Problem. Ei, ei, ei. Wieso bist du nicht in meiner Crew, Junge? So. Machen wir einfach noch ein bisschen Stress. Jetzt haben wir wieder keinen Viersitzer. Das ist dir bewusst, oder? Der Yassid kommt hinterher. Ja, okay. Yassid kommt hinterher. So. Machen wir noch ein bisschen Stress. Gegen die anderen. Aber du klitscht hier voll rum. Das ist übel. Echt? Ja. Wo sind die ganzen Gegner da? Ja. Entweder fährst du wirklich so krank, oder du klitscht. Nee, ich fahr schon ein bisschen krank, aber... Du bist jetzt ungefähr 5 Meter geschwebt. So, in die Leiche. Das macht einfach Spaß. Nochmal drehen. Da ist jemand. So, der ist tot. Da vorne ist noch jemand. Ah, cool. Würde wohl immer derselber sein. Oh, ein Bullenwagen. Leer. Cool. Komm, dich kriege ich. Dich kriege ich. Nein. Ich habe ein bisschen angeschissen. Angeschissen. Was? Yassid? Äh, Yassid? Toll-Panzer. Okay. Mann, fahr halt langsam dran vorbei. Dann töte ich ihn auch. Achso, du hast ihn eh überfahren. Ja, ich wollte ihn überfahren. Das war nichts, Junge. Das war nichts. Ich habe dich getötet. Links ist noch einer. Ja, ja. Komm. Oh, ich habe ihn umgemetzelt. Drive-By-Drauf-Gänger. 100 ERP. Kannst du überhaupt zielen? Ja. Ich kann richtig gut an-aimen und allem. Rechts kommt er. Na dann. Ja. Ich warte drauf, bis den Raketenwerfer zücken oder so weiter. Ah, getötet. Wie er sich so schön über den TS aufregen, wenn sie gekillt hat oder über den integrierten Ding aufregen können. Gehen die sich auf? Ja, ja. Übelst. So, links. Daher kommt er. Komm. 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 Er flüchtet. Das hilft ihm aber nichts. Hab ich... Nicht, 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 nicht. Ich bewahr zu schnell. Tut mir leid. Gönn mir den doch. Nö. Ah, übel. Die dürften eh schon gar keine Kohle mehr haben. So. Die werden jetzt alle ins Server wechseln, oder? Nein. Werden sie nicht. Beim Tennisplatz ist einer. Ja, da fahre ich... Den schnappen wir uns. Den schnappen wir uns. Ach, der ist im Tennisplatz. Aha. Ich kann ihn im Tennisplatz drin anaimen. Er ist tot. Kohle? Hat's Bulle? Kohle, Kohle. Oder... Achso. Der hat kein Geld. Hm? Da muss doch Geld liegen. Der hat keins mehr. Den haben wir schon so oft umgebracht. Der hat kein Geld mehr. Schnell einsteigen. Ja, bin dabei. Wir haben so oft Leute getötet, aber nie das Geld eingesammelt. Jetzt, wo sie keins mehr haben, würden wir einsammeln. So, Yassit kommt da links. Yassit ist. Im Heli? Weiß ich nicht. Im Panzer. Wo? Ui. Wieso haben wir jetzt Puls? Ey, wieso? Weil uns die jetzt mittlerweile... Boah, übel. Pass auf, wo du hinfährst. Yassit, Mann. Wo du hinfährst. Der Panzer hat Vorfahrt, Junge. Ich bin da durchgefahren. Ja, weil der in der Garage ist. Oh. Der... Du hast einen Platten. Wow. So, wann hast du den zweiten? So, jetzt weil hier Bullen... In die Garage. Glaubst du das? Weil hier jetzt Bullen sind, ist hier kein Auto mehr. Alter, das Auto ist ja nur noch Schrott. Das raucht schon von allen Ecken. Ja, Spur total verzogen. Das Auto können die Bullen doch nicht mehr erkennen. Das geht nicht. So verformt, wie das ist. Da fällt mir die eine... Du wirst mal an, siehst du, sag Bescheid. Ja, da fällt mir die eine Werbung ein von... Was war's? Von Peugeot. Mit dem Inder, der, weiß ich... Den Peugeot nachgeformt hat. Mit einem Elefanten draufsetzen und so. An das muss ich gerade denken. Geil. Wieso sind hier keine Autos? Ja, weil Bullen in der Nähe sind. Glaub ich. Wenn ich totales Massaker hier anstellen kann. Die ganze Zeit keine Bullen da. Kennst du die Werbung überhaupt noch? Nee, das ist... Boah, wie lange ist das her? Ja, kenne die gar nicht. Schon ein paar Jahre. Drei, vier, fünf Jahre, locker. Aber ich fand die Werbung geil. Ach, da ist ein Auto. Komm du, Panzer. Achso, ich soll mit in den Panzer kommen. Kann man das? Ich weiß ja nicht, wie viele das da drin sitzen können. Probieren können wir es ja mal. Hä? Ich kann nicht einsteigen. Hä? Voll Mistig. Okay. Da ist noch ein Wagen, cool. Ja, ich habe mir gerade den Weg freigeballert. Ich will fahren. Mit welchem Auto? Spurlos verschwunden auf einmal. Da ist noch eins. Komm. So, die Scheibe ist schon mal offen. Ich sitze drin. Habe auch an den Stirn. Steige ein. Willst du fahren? Ja, ich sitze am Fahrersitz. Ich fahre schon. Boah.